Im Keller vom Krankenhaus befindet sich noch die original Feuerwehrkleidung und zwar von den Feuerwehrleuten, die damals zum Einsatz rausgerufen worden sind. Wir werden uns diese Feuerwehrkleidung jetzt mal ansehen. Der Grund für diesen Aufzug ist, dass diese Kleidung sehr stark verstrahlt ist. Man muss sich vorstellen, dass vor 29 Jahren Menschen da drin gewesen sind. So, gestalten wir die zweite Kamera und dann geht's los. Wie man sieht, wir müssen hier ca. 1,5 Mikro-Sieber pro Stunde. Der Wert ist. 0,4. Er steigt an, jetzt haben wir inzwischen schon ein Mikro-Siebert. 0,O5 Mikro-Siebert 14 und hier kann man z.B. einen Feuerwehranzug sehen 4.0 Da muss man sich vorstellen, dass Leute diese Schuhe getragen haben. Ich habe die Schuhe getragen, dass die Schuhe getragen. die rückung und strahlung beträgt hier über 400 mikrosievert das sind ist eine circa 4000 fachhörter hintergrundstrahlung verglichen gegenüber normalen die 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 Telefonklingel Das heißt also in diesem Raum wurde damals die Feuerwehrkleidung gebracht und hier sieht man die Feuerwehrkleidung von den Leuten die damals beim Reaktor waren. Die Feuerwehrkleidung von den Normalerweise wird alles immer geklaut, hier ist immer noch alles da. Die Feuerwehrkleidung von den Die Feuerwehrkleidung von den